Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den eidgebundenen Bonus-Zielen. Ja, wer kennt's, V-1 ist natürlich wieder eine Hologrammschale und Risswächter Stellan. So, schauen wir mal, was der gute Mann hat. Sammle das nötige Material und raffiniere es in der Schmiede der eidgebundenen. So, füge Metallgebäuden Schaden zu. Okay, Metallgebäude, Metallgebäude, Metallgebäude. Da muss ich tatsächlich erstmal gucken, wo ich welche finde. So auf Anhieb fällt's mir nicht ein. Klar, Stein und Holz, ja, aber Metall. Ach, na klar, Metall. Ich muss hier im Schnee ganz viel vertreten. Hier zum Beispiel in Lonely Labs und so. Da sind ganz viele, diese roten Metallgebäude. Alles klar, dann geh ich da mal hin und mach jetzt hier einen kleinen Cut, Freunde. So, Leute, ich bin jetzt hier bei so einem Metallgebäude. Befinde mich hier auf der Karte. Drüben in Lonely Labs gibt's natürlich noch mehr. Da drüben. Und denen sollen wir jetzt nochmal Schaden zufügen. Und das mach ich jetzt einfach mal. Ich denk mal, ich brauche die einfach mal ab. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich dachte, ich sammle die von alleine ein. So, haben wir, Freunde. Wir haben diese super fantastische Legierung. Und müssen jetzt platzieren die Legierung in einer Schmiedeschale. Wie zum Beispiel unten in Faulty Splits. Ob ich das noch schaffe, weiß ich nicht. Ansonsten wird das Ganze in der nächsten Runde passieren. So, Freunde. In Faulty Splits angekommen. Zack, haben wir die fantastische Metallschale. Und haben damit auch unsere Aufgabe abgeschlossen. Als nächstes geht's weiter mit Platziere die erhitzte Legierung auf einem Amboss. So, hab ich die jetzt eingesammelt? Ja, anscheinend hab ich die instant auf die Tasche. Ach, Digger. Ich hab hier durch dieses komische Teil nicht gesehen. Netz gegenschlagen. Genau, fünfmal gegenhauen. Du hast es geschafft. Diese Legierung benötigt die Energie aus dem kinetischen Erz. Falls das Restor scheitert, so, hab ich die Weltträume wohl auch tagsüber heim. Der Champion hat die Koordinaten bestimmt. Bald werden wir versuchen, das Tor zu öffnen. So, als nächstes müssen wir Kim bei einer Hologramschale kontaktieren. Das kennen wir ja auch schon. Aber, Freunde, das gibt's beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.